Wie geil ist das denn? Entweder oder mit Mats Hummels. Pilz oder Helles? Schmeckt beides nicht. Keine Ahnung. Pilz. Kochen oder bekocht werden? Kochen. Ich koche echt gerne. Aber wer hat öfter bekocht? Kleck mich am Arsch. Jetzt tut er noch so, als könnte er kochen. Wahrscheinlich kann er es auch wirklich. Hör nicht drauf. Currywurst oder Weißwurst? Oh, der ist hart. Weißwurst. Beatles oder Beatsteaks? Ja, ich habe hier gefragt. Wirklich, nicht einfach. Ich sage Beatsteaks, deutsche Gruppe. Ich bin patriotisch. Alles gut, da sagt keiner was. Strand oder Berge? Strand mittlerweile. Früher ganz viel Skifahren, aber das kann ich nicht. Zu viel Verletzungsgefahr. Longboard oder Snowboard? Ja, ich würde Snowboard nehmen. Ich fahre momentan nur Longboard, aber ich würde unheimlich gerne wieder Snowboard fahren. Aber das halt erst, wenn das Karriereende irgendwann gekommen ist. Signal Iduna Park oder Maracana? Ja, dann doch Signal Iduna Park. Einfach, weil ein Heimspiel ist einfach was ganz Besonderes. Das ist ein interessantes Entweder-Oder. Stehplatz oder Südtribüne? Stehplatz ist doch Südtribüne. Ich muss zugeben, ich war Zeit meines Lebens jemand, der im Wipp-Bereich saß meistens. Oder auf einem Sitzplatz. Also ich kann mich da leider nicht als so ein Ultra-Fan versuchen darzustellen. Bayern oder Unterhaching? Ja gut, mein Bruder spielt bei Unterhaching, dann Unterhaching. DFB-Team oder die Mannschaft? DFB-Team. Ich finde, man muss nicht immer einen Namen für alles finden. Basketball gucken oder selbst zocken? Ja, selbst zocken ist immer cooler, aber gucken hat für mich auch auf jeden Fall einen großen Reiz. Live dabei, Super Bowl oder NBA Finals Game 7? NBA Finals Game 7, glasklare Angelegenheit. Dirk Nowitzki oder Michael Jordan? Dirk Nowitzki, genauso deutlich. Vorbild für alle. Fahrrad oder dicke Karre? Fahrrad, ich fahre sehr gerne Fahrrad, aber kann es nicht mehr so oft. Warmduschen oder kalt? Warm, 100 Prozent. Tape-Schere oder Teppichmesser? Da ich durch meine Verletzungen früher immer mit Tape spiele, Tape-Schere. Anzug oder Jogginghose? Anzug, ich weiß nicht, ich ziehe es nicht so oft an, aber es sieht einfach gut aus, muss man sagen. Bei FIFA auf der Konsole, Messi oder Ronaldo? Immer BVB oder Liverpool, keinen von beiden. Buschmann oder Wolf Fuss? Wer war der Erste? Steht hier nicht. Ich wollte nur, dass Sascha mal kurz kollabiert. Figo oder Zidane? Zidane ist für mich der eine der größten Fußballer der Zeit. Früh aufstehen oder spät ins Bett gehen? Was ist das denn? Ja, früh aufstehen. Das ist ja gelogen. Weiß nicht. Nutella-Brot mit oder ohne Butter? Ah, das ist eine Glaubensfrage. Ich habe es immer mitgegessen, bei der Werbung haben wir es aber ohne Butter gekriegt. Ich habe es trotzdem gegessen. Europameister 2016 mit Deutschland oder Deutscher Meister 2016 mit Dortmund? Das ist gemein. Darf man das sagen? Ich würde fast den deutschen Meistertitel mit dem BVB noch eine Stufe höher stellen, weil mit dem BVB habe ich länger nichts mehr gewonnen. Aber das ist natürlich eine ganz fiese Frage. Ordentlich oder chaotisch? Ich bin chaotisch. Warum habe ich das gewusst? Weil ich ein Kreativspieler bin. Facebook oder Twitter? Lange Zeit war ich nicht so der Freund von Twitter, aber ich finde es mittlerweile sogar echt eine coole Sache. Also durch Twitter. Wenn irgendwann Wechsel ins Ausland, Spanien oder England? Wenn Wechsel ins Ausland, dann wird es eins von den beiden. Ich finde persönlich, dadurch, dass ich Englisch meiner Meinung nach gut kann und Spanisch gerne noch besser können würde, Spanien dann noch mal einen Ticken herausfordernder. Und letzte Karriereausklang, wirklich Ende der Karriere. USA oder Kreisliga? Da hast du gerade ausgedacht. Favorit wäre Kreisliga, muss ich sagen. Wenn ich mit meinen Jungs ein bisschen spielen könnte, Kreisliga. Wir können, aber wir steigen ja auch jedes Jahr. Deswegen wird es irgendwann höher. Mit dem SV Waldperlach. Vielleicht, ist nicht gezwungen. Ist nur der Platz, auf dem wir mal kicken wollen. Deshalb kann auch der TSV Neubiberg werden. Danke.